So, es ist fast nicht Sonntag. Wir Weckerer gehen ja immer wieder die Schwennen auf fast nicht. Jetzt geht es zum Tuffmeisterempfang. Der findet da immer im schönen Rathaus statt, in dem schönen Sitzungssaal. Was mir anfällt, da sind auch gar keine Bändel und Absperrungen. Normalerweise ist da immer alles abgesperrt, aber wer weiß, vielleicht hat die Stadt kein Geld mehr und die müssen dieses Jahr auf die Absperrungen verzichten. So, jetzt gehen wir mal da rein. Hä? Hallo? Hallo? Hallo, wir sind die Meckermilde. Was ist denn los? Da ist sie oder was? Hätte ja gar keiner etwas gesagt. Komisch, oder? Sündig, halb zwölf und keine Sau da. Was ist ja auch da los dieses Jahr? Dreht jetzt alle ein weg dem Corona? Keine Sau da. Keine Absperrungen. Ja, sag mal. So, das ist alles heute seltsam. Zuschauer sind da, aber keine Absperrungen, gar nichts. Mit der Neckarquelle ist auch nichts los. Normalerweise stehen sie auch schon jetzt am Balkon. Also, ich bin mal gespannt. Jetzt laufe ich mal nur auf den Umzugsaufstellungsplatz und dann werden wir sehen, ob da nichts los ist. Das kann doch nicht sehen, dass jetzt gar nichts geht. Also, jetzt gehen wir mal nur auf. Jetzt interessiert es mich einfach, was da los ist. Jetzt habe ich unterwegs zwei Nacken gesehen. Komisch, aber sonst nichts. Keine Zuschauer nichts. Und jetzt muss ich mal da gucken, am Narrendorf, was da so abgeht. Da ist ja auch keine Sau. Da ist keine Sau, wo ich das Narrendorf. Ja, Leute, da ist alles zu. Also, ich muss unbedingt auf den Platz, wo sie aufgestellt sind. Und mal gucken, wo unsere Narren sind, wo mein Mäckergilde ist. Also, jetzt geht es da echt los, du. Jetzt verstehe ich die Welt echt nicht mehr. Also, das macht mich schon verrückt. Kein einzig. Ja, wo sind auch Israe? Ja, wo ist auch die Mäckergilde? Ja, nein, da ist ja auch nicht. Du, sag immer, was ist auch los? Wo sind denn die ganzen Anderen? Ja, wo sind auch die? Du, der Umzug geht um zwei los. Jetzt haben wir schon Nacht, die Einse. Normalerweise stehen wir immer da am Umzugsort. Kannst du mir sagen, wo die Anderen sind? Warten wir kurz. Ich glaube, da ruft mich gerade der Pa an. Moment. Ai, 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 mein Gott. Was warst du, wer da gerade angerufen hat? Narrenzunft, Schweningen. Der Umzug, der fällt wegen Corona aus. Oje, oje, jetzt bin ich auch noch traurig. Was war? Wenn der Umzug ausfällt wegen Corona und wir uns ja nicht treffen dürfen, dann machen wir wenigstens ein klein bisschen Apps für unsere Fans. Ja? Also. Die Kuss ist die Kuhn und die kommt so mehr Leid. Kommt so mehr Leid. Kommt so mehr Leid. Kommt so mehr Leid. Jetzt beckert, wirst gern von der Willi befreit. Ai, 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 ai. Die Kuss, ja, die Hoffnung. Ablau und Schwunzerl hinten drauf. Schwunzerl hinten drauf. Schwunzerl hinten drauf. Damit sich das Fiede die Umlauf ankommen. Ai, 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 ai. Ablau und Schwunzerl hinten drauf. 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 Auf geht's Kinder, mach jetzt Hausaufgaben, wir müssen doch los. Auf geht's, wir wollen auf die Fastnet. Seid ihr doof oder was? Dieses Jahr gibt's doch keine Fastnet. Warum nicht? Habt ihr noch nie was von Corona gehört? Ja und, wir machen unseren eigenen Umzug. Genau. Das wäre doch sonst langweilig. Auf, los geht's. Auf. Die Gorsi schmeckt, die Gorsi schmeckt, die Gorsi schmeckt. Ei, 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 die Gorsi schmeckt, die Gorsi schmeckt. Ei, 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 die Gorsi schmeckt, die Gorsi schmeckt, die Gorsi schmeckt. Sag mal, was veranstaltet denn ihr hier? Wir machen unseren eigenen Umzug, wir fastnet. Ach so, ja wartet, ich komm gleich runter. Hey, Laura. Oh, wie soll ich? Okay, machen wir weiter. Ja. Ei, 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 die Gorsi schmeckt, die Gors, die Gorsi schmeckt. Wo sind die Gorsi? Aus mit dir. Die Gorsi schmeckt, die Gorsi schmeckt. Ei, 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 die Gorsi schmeckt. Jawohl!